Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Das wollte ich schon ganz lange machen. Ich habe mir jetzt einfach mal diese Puzzle hier bestellt. Ungefähr 60 Euro habe ich investiert. Das ist eine Menge Kohle, wenn ihr euch für das Produkt interessiert. Link ist in der Beschreibung unter dem Like-Button, über das in Betätigung ich mich sehr freuen würde. Jetzt wird sich erstmal ein Radler geöffnet und dazwischen... Oh ja... Ganz entspannt zu zischen. Sheesh. Ja, das sind die Hustle Cast Puzzles. To Hack and Nuzzle. Fun, Easy, Normal, Hard. Und ich habe natürlich Expert und Grandmaster genommen. Das ist Expert und die sind alle Grandmaster. Also die schwerste Stufe, die es gibt. Ich bin der Meinung, vielleicht überschätze ich mich da, kann gut sein, dass ich in sowas sehr gut bin. Die Challenge für jedes Puzzle ist dann absolviert, wenn man das Puzzle disassembled and assembled hat. Also auseinandergebaut und wieder zusammengebaut. Also auseinanderbauen ist manchmal relativ einfach, aber so wie es war, das zusammenzubauen, ja, das ist dann schon die Challenge. Gut, ähm, ich habe einfach mit den Schwersten angefangen. Ich bin der Meinung, ich habe mich jetzt nicht überschätzt, oder? Also mein Ziel ist jetzt innerhalb einer halben Stunde alle fünf zu schaffen. Schauen wir mal. Vielleicht liege ich damit auch komplett falsch und das dauert, ja, viel länger. Fangen wir mit dem hier an. Cast Marble Level 5. Das sieht ganz interessant aus. Gut, jetzt habe ich gar kein Messer hier. Das war noch original verschweißt. Oder noch verpackt. So. Gilt das eigentlich schon als ASMR oder ähnliche Tätigkeit? So, assembled und disassembled. So sehen die aus. Videos enthalten jetzt natürlich Spoiler. Ja, keine Frage. Gut. Okay, ich werde natürlich auch das Produkt bewerten, weil jedes Puzzle kostet 13 Ocken ungefähr. Wenn man es jetzt zusammenrechnet. Ist teuer. Keine Frage. Aber ich habe auch gleich das ganze Set genommen. Okay. Okay, sehr, sehr schweres Metall. Anleitung kommt weg. Da steht bestimmt die Lösung drin. Keine Ahnung. Die fasse ich jetzt nicht nochmal an. Und ähm. So sieht das aus. Gut. Okay, ich hoffe, das passt jetzt auch mit dem Fokus. Müsste eigentlich. Ich habe mal manuell gestellt. So. Okay, die Kugel ist drin. Komplett solo. Unabhängig. Das kann man so öffnen. Das kann man so öffnen. Ach, das sind. Ja, das sind ja stimmt. Das sind ja nur vier Teile insgesamt. Also das sind zwei Teile. Und die Kugel besteht aus zwei Teilen. Hm. Jetzt könnte man taktisch rangehen, aber ich mache es einfach mal ein bisschen so, wie man es drehen kann. Also ich bin der Meinung, gibt es einen Punkt, den man übergehen muss. Und dann verschiebt sich das Ganze so, dass es auseinanderfällt. Hm. Geht's jetzt? Was ist denn finden? Was ist denn exakt finden? Und verrammeln, aber nur ganz leicht verrammeln. So, jetzt. Mal so. Gut, das ist echt etwas anstrengender, als ich dachte. Aber es ist okay. Fuck, das fällt immer wieder in dieselbe Form zurück. Gut, also ich denke nicht, dass wir heute alle fünf schaffen. Also ich halte das jetzt mal fest. Und das ist ja das Teil, was sich hier bewegt. Das muss ja... Das geht halt immer nur in eine Richtung. Alter, okay. Okay, das ist echt... Natürlich, Gewalt braucht man dabei nicht, deswegen bringt es auch nicht, jetzt hier zu rammeln. Aber vielleicht so durch die schnellen Bewegungen komme ich dann zufällig mal an diesen Punkt. Hm. Also ich mache jetzt dieselbe Bewegung, glaube ich, schon zum 20. Mal. Ich würde eher mal versuchen, jetzt so ein Loch zu öffnen, dass es groß genug ist. Oh, Alter. Gut. Also ich gucke nur hier hin, nicht auf die Anleitung. Boah, Alter, das ist schon... Das ist schon... Ja... Also okay, die sind exakt gleich, die beiden. Kann man vielleicht die Kugel auseinander machen. Erstmal und dann... Okay, ich versuche das jetzt mal so und jetzt die Kugel irgendwie... Oh mein Gott, Alter, ist das peinlich. Ich wollte das erst im Livestream machen. Jetzt bin ich so froh, dass ich es nicht gemacht habe. Keine Ahnung, wo ich hier ansetzen soll. Scheiße. So, weiter geht es hier nicht. Jetzt versuche ich mal, die Kugel so zu verschieben. Ne, das ist es auch nie. Das ist immer wieder dasselbe Move. Oh, ich kriege eine Meise. Jo, also ich bin jetzt an dem Punkt, wo es mich wütend macht. Aber hier, guck mal, wenn ich das jetzt... Wenn ich es so komplett aufdehne, dann kann ich... Die Kugel matcht ungefähr die äußeren Teile. Also die Kugel, die kann man unabhängig... Ja, 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 ich, ich, ja. Die Kugel kann man unabhängig von dem Rest verändern. Ja, die bewegt sich. Oh mein Gott, das gehe ich nie wieder zusammen. So, 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 so. Ja, 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 seht ihr, seht ihr, oh, an den Pink, oh, fuck, alter, oh, ist das brutal, ja, okay, ja, wahrscheinlich habe ich alle fünf in einem Video, genau. Ja, 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 löst dich auf, du Hund, löse dich jetzt auseinander, ich war wirklich richtig sauer. So, hier ist diese Stelle. Ah, ich klingt krampfen. Seht ihr, seht ihr das, den Fortschritt, die Veränderung? Ah, Okay. Okay, so, so. Bro, Alter, ist das hart. Ich kenne Meise. Hör mir diese Musik. Meine Nachbarn, die... Ja, die... Boah. Ja, also so, okay. Das ist jetzt hier diese verdammte Stelle. Ich versuche das jetzt hier drüber zu schieben. Irgendwie, so. Das schiebt ja dann wieder in die andere Richtung. Hier, das geht so... So auseinander. Das geht auseinander, seht ihr ja. Aber... Dann geht's halt immer wieder nur hier hin. Wir gehen das Meer auseinander an. Meer auseinander, das muss komplett... ... 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 People ... ... ... ... ... ... So, guck mal, wie weit auseinander die Kugel schon ist So, ja Und jetzt Oh Gott, Alter Oh Gott, Alter Mann! Oh, durchs Schütteln hat sich jetzt ganz schön bewegt hier. Also so sehr auseinander hatte ich es glaube ich noch nicht. Ich muss doch irgendwann mal was rausrutschen. Oder wenigstens irgendwie so ein kleiner Geistesblitz. Ich muss ja auch mal was rauskommen. Geht, es passiert gleich, es passiert gleich, es muss, hier muss es irgendeine Stelle, guckt mal so, wie weit diese Kugel sich zeigt. Irgendwo muss es doch hier eine Stelle geben, wo die sich mehr zeigt. Also es muss ein möglichst großer Teil freigelegt werden, wo das dann durchfallen kann. Aber es ist einfach nie groß genug. Doch jetzt, es wird größer. Die Stelle. 18 Minuten, Alter. 18 Minuten. Das ist unfassbar. Das muss ich dem Schender, wenn das der Schender machen würde, ich drehe ja schon durch. Das macht mich richtig wütend. Ich will es aber auch nie. An den Stellen, wo das Ding sich so ein bisschen öffnet, weiß ich aber auch nicht, was dann besonders ist. Ach, das tut langsam weh, das wäre wund. Manchmal öffnet sich das Teil, ja, und dann... Boah, ich raste komplett aus, aber das macht mich richtig fertig. Jetzt hier, guckt mal, wie sich das jetzt öffnet. So weit offen war es ja gefühlt noch nie. Was kann ich denn jetzt anders machen? Was mache ich denn immer falsch? Ich darf es jetzt nicht schließen. Das muss es jetzt ausnutzen, diese Situation. Ich drehe die Kugel jetzt einfach weiter. Nein, 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 die schließt sich ja wieder. So. Das verhakt sich jedes Mal. Jetzt. Ah, Junge, ich kenne voll Meißen. Jesus, Mann, verhakt sich das neu. Die Nachbarn, Alter, was die denken müssen. Uh. So weit war ich noch nie. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Oh, oh mein Gott. So. Oh, oh. Oh, das, alter, das ist, alter, ich komm nicht drauf klar, über 20 Minuten hat das jetzt gedauert. Hier ist das aber auch eng zusammengeführt, so sieht ein Teil aus, so sieht diese innere Kugel aus. So, Challenge ist erst dann gewonnen, wenn ich die Sachen komplett auseinander genommen habe. Jungen, das passt ja echt. Oha. Okay, also diese Kugel. Die ist natürlich eins und das. Oh Gott, wie schiebe ich denn das jetzt richtig zusammen? So. Oh, nee, das war aber nicht der Weg, oder? Okay, jetzt zusammenführen. Oh, bitte sag mir. Nee, ich glaube, das ist die falsche. Jetzt habe ich ja nicht mehr darauf geachtet. Oh, mein Gott, ich klicke echt noch voll rein. Kann man das überhaupt falsch rum reinmachen? Ja, denke ich schon. Puh, fuck. Nee, die sind ja exakt dieselben Teile. Richtig kombiniert, das ist eigentlich egal, welches 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 ist. Also, theoretisch. Okay. Alter, Leute, ohne Witz, das ist echt hart. Also, das ist mal eine echt feine Sache. Das tut gut, wirklich. Und das ist ein Erfolgserlebnis. Und das kommt dann, Junge. Dieses Gefühl, das geschafft zu haben. Das war geil, Alter. Das brauche ich jetzt nur nochmal. Und zwar, wenn wir das so halten. Wenn wir das so halten. Nee, doch. Okay, das ist ja wirklich... Bewegung, wie führe ich die Dinger zusammen? Die ist... Wie sind die? So. Neomanken, Alter. So. Oh, Scheiße. Junge, ich bin... Ey, wirklich, das ist... Puls einfach 180, wirklich. Und vor allem das zusammenstecken, dass es jetzt halt ohne Witz gefühlt schwieriger ist. Alter, ich klicke ne Meise. Ich werde... Ey, ich bin... Ich bin... Ich kann nicht mehr hingucken, Alter. Also, ich heule gleich. Das ist so... Das ist so richtig Verzweiflung. Also, wenn das Wort Verzweiflung eine Definition braucht. Ja. Ja, hier ist die Definition. Ja, ne, ja, Mann. Ich verflose. Gut. Hä? So. Ach, das ist doch der richtige Mann. Lass mich jetzt hier rein. Oh. 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 ein Teil, von sich selbst, ja genau so, so musst du das jetzt halten, du Arschloch, danach, machen wir es mal so, wir machen es mal so, das muss ja hier hin, also heißt das, wir führen das hier zusammen, und dann kommen die Kugeln so zusammen, die zweiten noch, ja. Ja, natürlich, ich kann doch die Kugel erstmal so machen, oder, nee, dann passt das ja nicht mehr drüber, okay, aber, das muss ich von unten so reinschieben, gut, komm, nur wenigstens das mit der halben Stunde schaffen, ich muss nur diesen einen Move hinbekommen, nur diesen move. So, 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 ja, genau so. Hä, das ist doch aber gar nicht gleich, der Kack und der Kack. Boah, Alter, ich krieg ne richtige Meise. Ich krieg ne richtige Meise. Nein, nein. Nein, nein. So. ich habe jetzt nichts verändert durch den schnitt aber jetzt müsste ich das zusammenfügen alter ich muss das ich muss das hinkriegen dass ich das richtig halte so das rutscht aber auch so auseinander das problem ist wenn die kacke besser halten würde könnte ich da mehr fummeln aber muss das einfach so richtig präzise halten und dann so ineinander stecken um den kack Junge das wird immer schlimmer das wird immer schlimmer oh mein Gott ich stelle das jetzt hier so hin damit eine Seite richtig bleibt das andere baue ich genauso das andere baue ich genauso ey wie es in meinem Kopf gerade aussieht Alter so und das muss sich wie muss denn das rein das muss so hier sich rein drehen genauso nein nicht bewegen wieso verschiebt es sich denn so brutal so so oder so etwa vielleicht noch nicht so fisch rum vielleicht noch nicht so fisch rum so 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 das eine und so das andere versuchen wir mal ganz entspannt zu bleiben nicht das geht nicht das kann ja gar nicht gehen das ist ja gar nicht mächtig so 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 da wird das da wird das wieso war das aber auch falsch das muss ich ja irgendwie ich kriege ja die beide ich muss die Bewegung jetzt erstmal ohne diese innere Kugel hinbekommen dann ich stecke mal die Kugel zusammen ich stecke mal die Kugel zusammen so längs ist die Bewegung dann also so mehr oder weniger hier ich fühle mich verblödet Alter Alter so 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 ich denke halte ich halt es richtig ob das auch so ist ganz ganz andere Frage das gefällt mir der Gedanke im Kopf der gefällt mir richtig gut das ist aber auch wirklich das Schwierigste mit hier dass das hält wieso ist das denn dann immer so nochmal mein Lenkansatz das schiebe ich einfach und die Kugel ist da drin und die Kugel bewegt sich dann weiter gut ich nehme die führe das jetzt so ein dann schiebt das das ja weg die Schnittmenge ist hier das ist dieser Punkt dieser doch 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 hier wie soll man denn das das ist so richtig aber man kann es einfach nicht richtig schieben das müsste aber irgendwie liegen oder so es ist einfach immer irgendwo dagegen wie hält ich es richtig wie hält ich es richtig jetzt so 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 und jetzt mal ein bisschen Alter, komm. Komm! Los! Perfekte Scheiße! Hau in dieses Ding ab! Der wird dann noch etwas wasser. Beküppel! Deine Kuhn! Perfekte Scheiße! Pfeifen! Perfekte Scheiße! Anfänger! Verweilen! Das war's für heute. Also ich versuche es nochmal andersrum und zwar machen die Teile die Bewegung nach rechts und die Kugeln die Bewegung nach links. Ist das nicht immer so? Doch, die sind ja exakt gleich, so ist das einzige was hier macht, das Problem ist, das Problem ist, dass das nicht hält, das passiert immer wieder die selbe Scheiße, weil das immer wieder hier aufgehalten wird. Was mache ich falsch? Wo ist der Punkt? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mmh! Mmh! Ah! Ah, fuck du das. Ich brauche eine kurze Pause. So, ich habe jetzt massiv geschissen. Mich beruhigt. Ich trinke noch einen Schluck gerade. Okay. Mir reicht's. Das Problem ist, ich habe es ja... Wie soll ich das ausdrücken? Daran, dass ich es nur auseinander bekommen habe, habe ich es nicht wirklich gelöst, sondern ich habe es zu mehr oder weniger durch Zufall geschafft. Und das ist das Problem. Erst wenn ich es zusammengebaut habe, habe ich es auch geschafft. Ich habe die ganze Zeit das gleich reingemacht. Von hinten geht es nicht. Guck mal, das sind zwei Seiten von dem Gewinde. So, das sieht man noch. Das dreht sich ja so ineinander. Also muss ich das ja irgendwie so machen, dass das dann so gleich ist. Aber wie? Das ist eigentlich gar nicht mehr so doof. Das ist eigentlich gar nicht mehr so doof. Das hält ja aber auch nicht. Das so hier. Wie so reindrehen, so mäßig. Ich schaff das. Ich krieg das ja. Das ist ja wieder so. Ey. Ich habe das doch aber auch so auseinander gedreht, dass das so gerade ist. Weißt du, was ich meine? Boah, das ist wirklich... Das ist krank, Alter. Ich habe Hunger, Alter. Ich habe eigentlich gedacht so eine Viertelstunde. Dann habe ich das. Ja, guck mal. Guck mal hier. Das ist das, was ich meinte. Ich muss das nur mal halten hier. Ich muss halten, äh. Das gleitet hier aber auch null ineinander. Jetzt. Oh, ja, ja, ja. Guck mal, jetzt. Wenn ich das jetzt... Oh, mein Gott. Ich habe es geschafft, verdammt. So, jetzt einmal auseinander und wieder zusammen, dann habe ich es wirklich geschafft. Vorher habe ich es nicht geschafft. Das ist leider des Wesens und des Puzzles. Okay. So, diese Linie hier. Und jetzt? Hä? Guck mal. Also, das ist ja die Linie hier. Die regelt ja alles. Genau. Ich kann es ja nicht mal jetzt auseinander nehmen, Alter. Ich bin einfach zu dumm. Gut. Scheiß drauf. Ich habe es... Ne, es reicht, Alter. Ich habe es auseinander gebaut und ich habe es auch wieder zusammengekriegt. Fragt mich nicht wie. Leck mich doch am Arsch, Alter. Okay. Ähm. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie lange das gedauert hat. Also, ich habe Nummer eins geschafft. Okay, das bekommt scheinbar seine eigene Folge. Das ist... Das ist absolut geisteskrank, Alter. Nummer eins habe ich geschafft. Und, ähm, ja. Soll ich das ungeschnitten lassen, die nächsten Episoden? Oder soll ich das zuschneiden? Zu wichtigen Punkten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Uncut ist schon ziemlich geisteskrank. Aber, naja. Danke fürs Anschauen und, äh... Boah, ist das absolut kranklich. Wenn ihr noch ein Geschenk für jemanden sucht, den ihr wirklich in den Wahnsinn treiben wollt, das ist echt verdammt geil. Ich habe mich maßlos überschätzt. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen.